Im Kindergarten wünschten wir uns immer das Spielzeug der anderen Kinder. Als Studenten waren es die Schuhe oder Jacken. Später dann die teure Uhr oder das angesagte Handy, was wir haben wollten. Wir standen sogar auf die Männer oder Frauen unserer besten Freunde. Am Ende haben wir dann den gleichen Job, tragen die gleichen Klamotten und fahren die gleichen Autos wie alle anderen auch. Und dabei wollten wir doch anders sein als die anderen. Auf Wiedersehen!